Hallo zusammen, die Grünen reden Klartext. Nicht nur Annalena Baerbock ist der Meinung, dass man Sonderbehandlungen für Nichtgeimpfte auspacken müsste. Auch die baden-württembergische Landesregierung, die ja unter grüner Führung steht, hat nun verkündet, dass ab einer Intensivbettenbelegung von 200 restriktive Maßnahmen gegen Ungeimpfte in Erwägung gezogen werden. Und es wird geprüft, dass man da alles machen kann. Das kann nur eins bedeuten, die Grünen glauben, dass sie eine Mehrheit bekommen, wenn sie sich ganz klar gegen die Ungeimpften positionieren. Die Frage wird sein, hat das Erfolg? Wir wissen es nicht genau, wir hoffen nicht und wir glauben auch nicht, dass sich die Menschen derart spalten lassen werden. Die Grünen setzen wieder einmal aufs falsche Pferd. Es kann nur recht sein. Ja, hier eine Meldung der Polizei, die genau das bestätigt, was wir bei unseren Live-Berechten von der heutigen Demo gesehen haben. Die Polizei kam ein ums andere Mal zu spät und konnte nur noch hinterherlaufen bzw. hinterherfahren. Die Menschen, die demonstriert haben, haben eine sehr gute Taktik angewandt. Sie waren immer in Bewegung, änderten oft die Richtung und genau so bringt das Erfolg. Die Polizei spricht in Friedrichshain von wenigen Tausend. Gut, es war ja nur eine von vielen Zügen. Wir wissen, dass in anderen Teilen der Stadt auch noch Leute unterwegs waren. Wie viel genau, das können wir nicht sagen. Das kann wohl niemand genau einordnen. Aber wir denken, dadurch, dass die Menschen durch Wohngebiete gezogen sind und Reaktionen von Anwohnern gegenüber sahen, die ab und an oder überwiegend doch positiv waren, zeigt, dass die Taktik der Behörden nicht aufgegangen ist, uns von einem zentralen Platz abzuhalten. Auch wenn es nur wenige Tausend waren, die Aufmerksamkeit der Anwohner, Bewohner und der Bevölkerung war ihnen doch gewiss. Gegen Ende des Tages, also am späten Nachmittag und am frühen Abend, kam es dann doch auch öfter mal zu vorübergehenden Festnahmen, zu Personendatenfeststellungen. Wir glauben aber, dass viele dieser Festnahmen oder dieser vorübergehenden Festsetzungen aufgrund von Provokationen erfolgt sind. Provokateure gibt es ja bei solchen Veranstaltungen immer. Ob sie ja von irgendjemandem geschickt wurden oder ob sie aus eigenem Interesse handeln, das spielt dabei gar keine Rolle. Manch einer will auch nur eine kleine persönliche Rechnung mit der Polizei ausgleichen. Auf jeden Fall, wenn provoziert wird, dann greift die Polizei natürlich zu. Wir glauben, dass insgesamt das Verhalten der Polizei gegenüber den anderen Demonstrationen, ja, der letzten hier Anfang August in Berlin oder auch anderen, ja, schon aus dem letzten Jahr, dass die Reaktion oder dass das Verhalten der Polizei sich deutlich verbessert hat. Vielleicht ist man wirklich dazu übergegangen, ja, den Kritikern nicht allzu viel Angriffsfläche zu bieten. Wir haben ja mitbekommen, dass sogar die Vereinten Nationen sich da eingeschaltet haben. Leute, wir glauben, der jetzige eingeschlagene Weg ist der richtige. Friedlich bleiben gegenüber den Polizisten, friedlich bleiben untereinander, friedlich bleiben gegenüber den Kritikern. Nur so können wir etwas erreichen. Mit Gewalt wird das nichts. Leute, habt einen schönen Abend. Wir glauben weiterhin, es bröckelt und bröselt. Wir sehen und hören uns. Habt eine gute Woche. Bis dann. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.